Das Gesicht spiegelt in jeder Sekunde des Lebens den Zustand des Bedarfs im Körper an Mineralstoffen wider. Und wenn ein Symptom beginnt, ist auch immer ein entsprechendes antlitzdiagnostisches Merkmal sichtbar. Und wer die Antlitzdiagnostik studiert hat, wird das auch bestätigen. Weil in jeder Sekunde, in einem Bruchteil einer Sekunde verändert sich das Antlitz und zeigt direkt also Symptome an. Oder nein, ist vor den Symptomen da und das habe ich schon in einigen Fällen entdeckt und war sehr, sehr erstaunt, wie schnell das Gesicht, also wirklich auch heftige Symptome, schon im Vorfeld anzeigt. Und deswegen ist ja auch dieser Vorteil der Antlitzdiagnostik, dass man nicht erst warten muss, bis ein Symptom da ist, also dass man keine Krankheitsbehandlung durchführt, sondern eine Gesundheitspflege. Weil die antlitzdiagnostischen Merkmale entstehen häufig schon Jahre oder Jahrzehnte, bevor die ersten Symptome entstehen. Und deswegen ist es so wertvoll, mit der Antlitzdiagnose zu arbeiten.